Sehr geehrtes Lauf-Team, Bundeswehr und Reservisten, liebe Unterstützer dieser großartigen Aktion, ich freue mich, dass wir mit dem zweiten Spendenlauf, der bis zum 17. Oktober geht, auf der einen Seite die Wings4Life Stiftung, aber auf der anderen Seite auch den Bund der Einsatzveteranen unterstützen. Gleichzeitig finde ich es auch in der heutigen Zeit eine tolle Idee, dass das Lauf-Team ins Leben gerufen hat, diesen zweiten Spendenlauf zu erweitern, um einen weiteren Lauf zugunsten der Ortskräfte in Afghanistan. Afghanistan bewegt uns alle. In Afghanistan haben wir alle Zeit verbracht. Als Kommandeur der Panzergerichter Brigade 41 weiß ich, dass viele meiner Soldaten, insbesondere die, die in den letzten Jahren intensiv in Afghanistan unterwegs waren, dieses Thema beschäftigt. Lassen Sie uns mit einem gemeinsamen Lauf auch zugunsten dieser Stiftung entsprechend unser Zeichen setzen. Warten wir nicht auf das Zeichen von oben, sondern geben wir das Zeichen aus uns heraus. Vielen Dank!